Es sieht schlimm aus, Mike. Nachdem Younes' Unfall ihre Teilnahme am Wettkampf beendet hat, hat Seneca einen Fahrer zu wenig und keinen Ersatz. Jetzt kann es für Sie nur noch bergab gehen, nicht wahr? Ja, es ist schon tragisch für Seneca. In so einer Situation möchte sich niemand wiederfinden und Marcus Sadoke kann nichts anderes tun, als zu versuchen, das Beste daraus zu machen. Aber Sie können eben nur noch halb so viele Punkte holen. Danke, Mike. Es ist beeindruckend, was für einen Kampfgeist die Nummer 22 hier zeigt, die ganz allein für das Team antreten muss. Wir sind nicht so weit gekommen, nur um jetzt aufzugeben. Lass uns für Jumir weitermachen. Ich weiß, du kannst es schaffen. Mach einfach, was du immer machst. Das wird hart. Wir können nur halb so viele Punkte machen. Und das ist ein Idealfall. Das wird in der Terzelle Abwärts gehen. Aber mit jedem Stieg wird unser Fall etwas gebremst. Das wird in der Terzelle Abwärts gehen. Aber mit jedem Stieg wird unser Fall etwas gebremst. Das wird in der Terzelle Abwärts gehen. Das wird in der Terzelle Abwärts gehen. Das wird in der Terzelle Abwärts gehen. Halt dich zurück, du hast jemand zur Weitflut getrieben. Du bist in der Mitte des Helden. 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 Die Zeit deiner letzten Runde betrug 1,31,3 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 Das war's für heute. Im nächsten Rennen werden die ersten Teams ausscheiden. Tu, was du kannst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017